Kunst, äh... Kunst ist... Das Beste! Kunst! Der Kunst! Das ist Kunst, keine Ahnung. Wow! Keine Ahnung von Kunst. Was ist Kunst für mich? Kunst! Tja, relativ. Was Kunst ist... Ich liebe BK! Kunst? Ach du Scheiße! Kunst ist was wir daraus machen. Was ist eigentlich Kunst? Das haben wir uns gefragt und deswegen sind wir heute in Stuttgart. Wir haben Pinsel dabei, wir haben Farben dabei, wir haben eine leere Leinwand. Wir werden die Leute interviewen und wir haben die Leute dieser Stadt und werden herausfinden, was ist eigentlich Kunst. Los geht's! Wir werden jetzt einfach gleich so hoch. Ich bin so fantastisch! Ich bin so gauge 여기 und wenn wiri mit Flügel hier vor ort sind, eigentlich kommen kurz zur Bibel. Und dann gibt's erste Nikki! Ja, ichkins! Schier! Ich mediere ihn, live in alte住er wom Media?